In Wüsting ist jeden Tag die Sonne zu sehen, zumindest als Modell. Der Planetenleerpfad Hude-Wüsting symbolisiert nicht nur einen in dieser Form einzigartigen Einblick in unser Sonnensystem, sondern stellt auch die Verbindung des attraktiven Ortsteils Wüsting mit dem Hauptort Hude dar. Geografisch betrachtet liegt Wüsting zwischen Oldenburg und Hude. Die Natur liegt direkt vor der Haustür. Die Umgebung ist landschaftlich geprägt. Wiesen, Felder und Baumgruppen gliedern die Landschaft. Ausgeschilderte Rad- und Wanderwege bieten eine abwechslungsreiche Möglichkeit, um den Reiz dieses harmonischen Umfeldes zu erkunden. Seit einigen Jahren erfreut sich das Bauen in Wüsting wachsender Beliebtheit. Die hervorragende Verkehrsanbindung mit zwei naheliegenden Autobahnanschlüssen in Richtung Bremen, Oldenburg und Wilhelmshaven sowie der seit 2006 wieder eröffnete Zughalt bieten insbesondere Berufspendlern ausgezeichnete Möglichkeiten, um den Arbeitsplatz bequem zu erreichen. Direkt angrenzend an das neue Baugebiet in Wüsting befindet sich die Grundschule. Die Haupt- und Realschule in Hude ist in wenigen Busminuten oder mit dem Zug erreichbar. Das nahegelegene Oberzentrum Oldenburg ist Sitz aller weiterführenden Schulen und der Universität. Wüsting bietet sowohl jungen Familien als auch Senioren vielfältige Aktivitäten. Neben einem Kindergarten, einer Kinderkrippe, dem Jugendzentrum und der Bücherei sind insbesondere die hervorragenden Bedingungen für Freizeitsportler zu nennen. Eine Sportarena sowie Sportplätze in ausreichender Anzahl sind Garanten für Spiel, Sport und Spaß. Das Vereinsleben ist stark ausgeprägt. Das Baugebiet, insbesondere der Bürgerverein und die Werbegemeinschaft sorgen regelmäßig mit interessanten Veranstaltungen für ein abwechslungsreiches Programm. Gastronomische Betriebe laden zum Verweilen ein. Einkaufsmöglichkeiten sind vorhanden. Auch die ärztliche Grundversorgung ist gewährleistet. Das Baugebiet in Wüsting wird in fünf Bauabschnitten erschlossen. Insgesamt sollen hier 110 Wohnbaugrundstücke entstehen. Knapp 50 Einfamilien bzw. Doppelhäuser sind in den bisherigen zwei Bauabschnitten bereits bezugsfertig oder befinden sich noch in der Bauphase. Der dritte Bauabschnitt wird 2009 fertiggestellt. Hier stehen 18 Bauplätze in der Größenordnung zwischen 600 und 850 Quadratmeter zur Verfügung. Der Preis pro Quadratmeter beträgt zwischen 62,50 Euro und 70,50 Euro. Schauen Sie doch einfach mal in Wüsting vorbei und überzeugen Sie sich von der idealen ländlichen Lage mit unmittelbarer Nähe zur Großstadt. Und das alles zu einem vergleichsweise erschwinglichen Preis. Und das alles zu einem vergleichen.